Hey, hallo, da sind wir. Wir haben gerade Sally im Tank 26 erklären gehört, was hier wieder in der Instandhaltung gelaufen ist. So wie, vielleicht nicht alle wissen, die heute zuschauen, so seit Anfang 2018 machen wir eine Instandhaltungsphase. In mehreren Bereichen wird viel gearbeitet, zum Beispiel jetzt eben in Tank 26, was gerade so acht Minuten erklärt wurde. Die Arbeiten laufen noch bis Ende Mai und laufen dann so langsam aus und dann wird neu ausgerichtet, wie das Ganze weitergeht. Rust never sleeps, dieses 80 Meter lange Stahlschiff wird immer weiter rosten und wir werden immer weiter dagegen anarbeiten. Hier im Gespräch ist Tobias Lewin heute zu Gast. Radargespräch nennen wir das, wenn wir ein bisschen die Fühler ausstrecken, zu gucken, was in der Stadt so geht, was für aktuelle Musik wichtig ist. Du bist heute da, Tobias, weil du das Electric Avenue Studio machst, schon lange, schon seit, wenn man mal nachguckt, schon seit Mitte 80er, späte 80er so. Nicht ganz. Nicht ganz? Neunziger. Also mich gibt es tatsächlich auch schon mindestens seit Mitte der 80er. Aber das Studio ist so ungefähr 96. Ja. Und das Mitte der 80er, das ist dann eher meine Zeit als Musiker mit meiner Band Captain Kirk. Genau, da warst du. Das erste Release war dann 86 bei dir, was bei dir in den Works gelistet ist so. Ja, genau. Das ist das erste. Genau. Das ist auf der Seite bei meiner Arbeiten aufgelistet. Ja. Aber Studio habe ich da noch nicht gemacht. Da war ich noch über zehn Jahre von entfernt. Ja. Ganz spannend finde ich also, du hast diese Seite Electric Avenue Studio. Da ist sehr kurz und schlicht fast nichts zu sehen, außer deine Arbeiten. Und ansonsten muss man auch schwer nachschauen. Es gibt ein paar Zeitungsberichte. Es gibt bei Indypedia einen kleinen Eintrag so, Social Media machst du gar nicht. Brauchst du nicht? Willst du nicht? Keinen Bock auf so einen Scheiß? Wahrscheinlich brauche ich es, aber dafür bräuchte ich dann auch ein bisschen Ahnung davon. Ja. Warum mache ich kein Social Media? Solange man was anderes zu tun hat, als Social Media zu machen, ist es vielleicht etwas, das man noch vor sich her schieben kann? Ja. Auf jeden Fall. Wir hatten im Vorfeld mal telefoniert und du bist auch im Westwerk im Vereinsmitglied, veranstaltest dort, machst da schon lange mit. Das Electric Avenue Studio ist angeschlossen am Westwerk, also quasi im gleichen Gebäude. Ja. Genau. Du bist da Überzeugungstäter und auch quasi irgendwo im Do-it-yourself-Segment anzusiedeln so ein bisschen. Oder ist das, wie ist das bei dir? Wie sieht so ein Studioalltag aus? Was machst du in deinem Leben mit Electric Avenue Studio? Also das Westwerk ist ein Kunstverein. Musik bildende Kunst. Und das Westwerk ist ein Kunstbar. Ich weiß nicht genau, wo ich da anfangen kann. Also kennengelernt habe ich das Westwerk als jüngerer Mann übers Ausgehen in Hamburg. Ich komme aus dem Vorort von Hamburg, genau genau aus dem kleinen Dorf Tanksteed bei Pinneberg. In Pinneberg bin ich zur Schule gegangen. Und auch in so einem Dorf kann man irgendwie merken, was hier und da los ist, logischerweise. Und in Hamburg führten die Wege für mich dann relativ schnell, ich sage jetzt mal, an die Bar des Westwerks. Das Westwerk ist Mitte der 80er gegründet. Inzwischen, naja, jeder kann selber nachrechnen. Und da stand ich als junger Mann. Ich hätte nicht denken können, dass ich da dann irgendwann mal tatsächlich mithandeln und machen kann. Ganz zu schweigen davon, dass ich irgendwann mal da Musik aufnehmen könnte. Ich wusste, bis ich 30 war, nicht, dass ich das überhaupt könnte. Musik aufnehmen. Du bist mit 30 zum Musikaufnehmen gekommen. Davor warst du aber schon auch als Musiker am Start. Ja, auf jeden Fall. Davor gibt es dann einmal meine Kinderband, meine Jugendband Captain Kirk and His Incredible Lovers, war unser erster Bandname, als ich so 16, 17 war. Und dann ging es so ein bisschen weiter, dass wir das doch wirklich sehr ernst genommen haben und über alle möglichen anderen wichtigen Angelegenheiten gestellt haben. Und dann ein erstes Album machen durften bei Alfred Hilsbergs Label What's so funny about, das er nach Zickzack gegründet hatte, um Musik rauszubringen, die sich nicht nur spezifisch um das deutsche Denken, um Punk, schräge Ideen, wie kann man sich anders fühlend ein Leben vorstellen. Er fing an, ein bisschen weiter zu gucken, diese sogenannte Deutsche Welle schien so ein bisschen ausgelaufen und dann hat er eben What's so funny about gegründet und da waren wir eine der Gruppen, die dann so in seinen Blick gerieten und unsere Lust, englischsprachige Musik zu beobachten, damals über Zeitschriften vor allen Dingen und natürlich über Musik. Also anschauen konnte man sich tatsächlich über Zeitschriften, eher als über Videos. Also die Bilder waren dann im New Musical Express oder sonst was. Und dann fiel mir irgendwann als vielleicht 15-Jähriger auf, dass es am Kiosk auch Dinge gab, wie Sounds, Zeitschriften und die sind in Hamburg rausgekommen. Insofern war klar, dass man da irgendwann reingehen muss und gucken muss, wie man in die Bars und Kneipen reingeht, wo man die Leute anschauen kann, die vielleicht wichtig sind und wo man ein bisschen auffällig sich benehmen kann. Wie alt warst du das ungefähr? 17, 17, 18. Genau, dann haben wir die Band gegründet und sind dann mit einer Kassette irgendwann nach Hamburg gegangen, sind als erstes zu Michelle Records gegangen, wo damals der Bassist von den Geisterfahrern am Tresen saß, Erdem Güngorecek, ein toller Mensch. Und dem zeigten wir die Kassette und der sagte, keine Ahnung, musst du zu Ruff gehen. Ruff war Michael Ruff. Ruff Trade Records, beziehungsweise Ruff Trade Records war es ja genau, hat das dann umgenannt in Ruff Records. Ruff Trade Records ganz genau. Und da standen wir dann wieder vor, wie so Schüler vorm Lehrer, die was vorzulegen hatten und haben eine Kassette, die wir mit Karol von Rautenkranz aufgenommen haben. Das ist Karol von Rautenkranz ist der spätere Entdecker, darf man vielleicht so sagen und Produzent von Tokotronik und vor allen Dingen dann auch Labelgründer von Lars Stor und mit dem hatten wir diese Kassette in Pinneberg in irgendeinem Keller aufgenommen auf vier Spur und haben die dann Michael Ruff hingelegt in der Feldstraße. Ich stand da mit meiner damaligen Freundin und auch Mitmusikerin Wiebke Lindeweber und dann hat er die in den Kassettenrekorder reingepackt und hatte am Telefon gerade Alfred Hilsberg. Es war genauso, wie ich sage. Und er sagt, ich habe hier eine Band, die klingen wie The Homosexuals, tolle Band, habe ich danach nachgehört. Und dann hat Alfred offensichtlich ihm gesagt, reich mal rüber. Und wie das damals so war, man hatte dann einen Plattenvertrag. Das war damals irre. Plattenvertrag bedeutete, dass ich meinen bürgerlichen Nachnamen sofort in Lewin umänderte, weil Alfred Hilsberg sagte, ich werde versuchen, die Platte in England und in Japan rauszubringen. Mein bürgerlicher Name, Fuhrmann, Tobias Fuhrmann, dachte ich, das geht gar nicht. Klingt nicht so, oder wie? Nee, nee, geht nicht. Dann habe ich meinen besten Freund gefragt, das geht nicht, wir bringen jetzt die Leute raus, es wird vielleicht Japan, England, keine Ahnung, ich brauche einen anderen Nachnamen. Dann habe ich gesagt, also irgendwas Hebräisches hätte ich jetzt gerne. Tobias, irgendwas hinterher. Dann sagt er, Lewin. Alles klar, dachte ich. Lewin, das klingt gut. Tobias Lewin. Und damit ging die Reise los. Also neue Identität, ab nach Hamburg, Alfred Hilsberg kümmert sich und dann ging es los. Es ist auch ganz nett, dass du das gerade so erzählt hast. Die erste Sendung, da war Felix Kubin eben hier und Hilsberg taucht ja immer wieder auf. Also gerade auch in dieser ganzen Hamburger Geschichte. Hilsberg hier, Hilsberg da. Und auch heute ist ja so ein Tag, keine Ahnung, Tocotronic, da hast du auch produziert, irgendwann 2002 oder sowas, die erste Scheibe dann damit bei dir im Studio. Die erste, die bei mir gemacht wurde, ja. Genau. Die einzige von Ihnen, die bei mir gemacht wurde. Ja, genau. Und die sind ja heute auch quasi, die sind nicht da, aber Rick My Fail ist da und so und ja. Die größte deutsche Band, ja. Ist Hamburg dann auch ein bisschen klein teilweise, weil irgendwie, also wenn man so ein bisschen stochert, dann kommen immer die gleichen Verbindungen raus. Das kann sein. Es ist ganz gut, sich vielleicht keine Gedanken darüber zu machen, ob die Stadt, in der man ist, groß oder klein ist. Aber die Gedanken, die wir hatten, waren immer größer als die Stadt Hamburg, ja. Das ist schön, ja. Wie ging das dann so ein bisschen weiter? Also weil du hast dann quasi selber Musik gemacht, Plattenvertrag und wann ist dann Electric Avenue Studio für dich so ein echten Punkt geworden? Wo du dann mehr Zeit drauf geworfen hast? Das ist so ein bisschen die Gelegenheit. Also es fiel mir auf, als wir die zweite Platte machten. Das war dann mit dem Bruder von Karol von Rautenkranz. Also mit dem, neben dem tollen Karol von Rautenkranz gibt es auch den tollen Chris von Rautenkranz. Das ist auch zugehörig. Er hört das jetzt vielleicht nicht gern, weil er nichts zugehörig ist, außer sich selbst und so soll es sein. Aber um dieses La-Store-Label herum und um die da entstehende Hamburger Musikszene, also Hamburg hatte viele Musikszenen, aber als diese entstand, war natürlich Chris von Rautenkranz wahnsinnig wichtig. Und nun kommt hinzu, dass beide, Chris von Rautenkranz und Karol von Rautenkranz, zur selben Schule gegangen sind wie ich und zwar in Pinneberg, also auch vor den Toren von Hamburg, im wunderschönen Pinneberg. Und die hatten selber auch eine Band, die hießen erst Mother's Pride, dann D-Gunz. Ich würde das mal im weitesten Sinne als scharfen Elektropop bezeichnen. Und wir waren mehr so auf John Peel, Jason Mary Jane, Gang of Four war ganz wichtig und natürlich der ganze andere Dorfrock-Kram, den man sich so vorstellen kann. Eigentlich komme ich vom Boogie-Rock, eigentlich habe ich Status Quo gehört, eigentlich hat ACDC doch die besten Riffs aller Zeiten gemacht und so weiter. Aber auch immer dasselbe? Ich bitte darum. Das wäre ja schlimm, wenn sie das geändert hätten. Oder besser gesagt, wenn sie schlecht geändert haben. Also das Gleiche gespielt haben, aber nicht so gut. Also da gibt es feine Unterscheidungen. Und auf jeden Fall ist es so, dass Chris von Rautenkranz das zweite Album von uns aufgenommen hat. Und das war eigentlich der entscheidende Punkt. Also das war das erste Mal, in einem Raum zu sein, wo man Musik aufnimmt. Und damals, das muss man sagen, war das doch durchaus kompliziert. Das heißt, Chris war nicht nur ein irre toller Typ, sondern auch jemand, der diese irren Geräte beherrschte. Und das waren Mehrspurmaschinen mit Tonbändern und so weiter und so fort. Und es gab zwar schon Sampler, aber es gab noch keinen Computer, auf dem man direkt aufgenommen hat. Also schien es mir so zu sein, dass Musik aufzunehmen in einem Studio wirklich eine Wissenschaft ist, eine druidische Wissenschaft, die wirklich kein Mensch beherrscht, außer Chris. Und eines Tages rief Chris mich an. Und Chris rief mich an und sagte, es gibt jetzt so etwas Neues, das nennt sich Computer mit Musikprogramm. Und das ist genau das Richtige für dich. Denn wir hatten damals die unfassbare Zeit von einem Monat in einem Musikstudio verbracht. Das heißt, damals war das irre lang. Also als wir, wir haben, die Platte heißt Reformhölle. Vielleicht ist der Titel auch so ein bisschen vielsprechend. Und als wir die Platte aufgenommen hatten und damit fertig waren, haben alle gedacht, uff, also Captain Kirk, schon, vielleicht ist es eine tolle Band für den einen und die andere. Aber die haben da sehr viel Zeit verbracht. Und Chris meinte, für jemanden, der Lust hat, an etwas zu suchen, etwas zu machen, etwas zu tun, da ist dieses Musikprogramm richtig. Man muss aber, finde ich, dazu sagen, dass ein Musikprogramm eben einfach auch irgend so ein technologischer Wahnsinn ist, der nicht ausreicht, um das zu machen, was Musik bedeutet. Insofern war das zweite irre Ding, was mir passiert ist, dass ich mit meiner Band Captain Kirk aus einem Grund, den ich jetzt gar nicht mehr so richtig erinnere, plötzlich die Gelegenheit hatte, aus der Dorfschule in Tank steht, das Vordorf vor dem Vorort, sprich Pinneberg von Hamburg. Ja, also das Dorf vor dem, vor der Vorstadt von Pinneberg, dass wir dort aus dem kleinen Loch von Grundschule, wo wir unten geprobt hatten, nach Hamburg gehen konnten und unseren Proberaum im Westwerk unten aufmachen konnten, in so ganz flachen Räumen. Ja. Und, ähm. Waren auch nicht so die schnicken Dinger so, die Proberäume, eher so. Nö, das war schon toll. Also das Westwerk, und das ist übrigens der Ort, wo heutzutage auch nicht nur mein Studio, sondern auch andere Musikräume vom Westwerk sind, also wo die Musikräume des Westwerks sind. Und, ähm. Und dann hat sich das einfach so peu a peu entwickelt, dass in dieser Ort, sagen wir mal, danach rief, dass man dort irgendwas hineinschleppte, also Equipment. Und das passierte so, dass ich inzwischen das große Vergnügen hatte, mit der Band Blumfeld als Gitarrist drei Jahre lang durch die Welt fahren zu dürfen und, ähm, mit dieser Wahnsinnsband Gitarre spielen durfte. Und das hatte auch zur Folge, dass es plötzlich möglich war, das ein oder andere Stück Equipment zu kaufen, was, äh, dann jahrelang rumstand. Also sowas wie Heilplatten, weil ich gelesen hatte, dass Talk Talk, die tolle englische Band Talk Talk, auf ihren späten Platten sogenannte Heilplatten benutzt hatten. Also, vielleicht weiß es heutzutage sowieso jeder und jeder, aber, äh, äh, große Holzkisten, in denen riesige Metallplatten aufgespannt waren, wo man Klang raufschickte, wie, wie in so einer Hallfeder von einem, von einem Gitarrenverstärker, aber eben große Metallplatten und damit einen Wahnsinnsklang machen konnte. So eine Hallplatte habe ich gekauft, da reingestellt und die wartete dann erstmal ähnlich wie eine große Achtspurmaschine und so weiter, auf Gelegenheit. Soll ich weitererzählen? Ist das dann auch bei dir mit, also, wenn du gerade sagst, Klangkörper irgendwie so hast, mit, äh, Kubinen viel gearbeitet und der Kubinen, also mit, eine Platte mit Kubinen auch, äh, das Westwerk eigentlich so als Klangkörper benutzt und mir scheint auch, dass so, so Leute wie du, auch Kubinen und so weiter, auch hier, Wurst Blase, der das Ding hier seit 30 Jahren, also mitbegleitet und auch mitbegründet hat, dieses Klangkörperding, also, dass ein Raum als Wirkraum überhaupt auch mal so eine eigene Dynamik entwickelt, da scheinst du auch einen Strahl drauf zu haben, so dann, ne? Ja, ja, bestimmt. Also, bis so ein Raum dann erstmal so überhaupt erobert ist mit dem einen oder anderen Equipment, äh, braucht es in dem Fall dann noch, die Goldenen Zitronen bekamen mit, dass dort eine Achtpurmaschine stand, die toll und groß war, die haben sich ausgeliehen, dann kamen sie bei der nächsten Produktion, das war, ähm, das bisschen Totschlag war die erste und dann kam, glaube ich, Economy Class. Dafür haben sie, also, für Economy Class sind sie dann in diese Räume reingegangen, wo, ähm, also Westwerk unten, wo das ganze Equipment stand, was ich gekauft hatte, ähm, und sie waren die Ersten, die das zusammengelötet hatten, um dort dann Economy Class drauf aufzunehmen. Okay, ja. Ich hoffe, dass ich gerade die richtigen Albennamen sage, aber ich glaube, genau so war es. Und ich saß nur daneben und sah, wie das Equipment im Westwerk benutzt wurde, um dieses Wahnsinns-Goldene-Zitronen-Album aufzunehmen und dann waren sie fertig und haben sie alles wieder auseinandergerufen, sind gegangen und dann stand es wieder völlig unconnected da. Ja. Und es brauchte dann eine andere Band, die hieß Go Plus und das war die erste Band, ähm, mit der dann dieser Raum, wenn du so möchtest, sozusagen im ersten Schritt erobert wurde und diesmal dauerte es sechs Monate, bis wir ein Album fertig hatten, weil das war der absolute Anfang. Aber das waren einfach Probenräume, wenn man so sagen kann, äh, in denen wir rumexperimentiert haben. Und bis es dann bei Felix Kubin ankam, der mit dem genialen Konzept ankam, lasst uns eine Platte namens Echo Haus im Westwerk aufnehmen. Ja, genau, die meinte ich so, ja. Echo Haus. Und lasst uns, ähm, ihn und andere tolle Musiker und Musikerinnen, deren Namen ich jetzt nicht auswendig, äh, aufsagen kann. Es waren wirklich irre Musiker. Klassisch ausgebildete Musiker, äh, Musikerinnen, ähm, wundervolle, weirde Drummer und, äh, präparierte Pianisten und, äh, Pianistinnen, äh, ganz, ganz toll. Und da fingen wir an, die ganzen Räume im Westwerk, ähm, zu mikrofonieren und über, ich weiß nicht, eine gute Woche, sag ich jetzt mal, ähm, dort in allen Räumen alles Mögliche aufzunehmen und unten sozusagen zusammenzufassen und im Prinzip die ganzen Resonanzen, kleine Ecken, das Westwerk hat einen Ausstellungsraum, der unglaublich hallig ist. Und, äh, das alles zusammenzufassen und eben diese tolle Platte zu machen, die dann auch, ähm, wirklich wahnsinnig schön ist und auch aufgeführt wurde in den, äh, März-Festspielen, März-Festival, äh, dieses neue Musikfestival, was in Berlin läuft. Wurde das Ganze in andere Räume, in die Sophien-Säle, nach Berlin transportiert. Also da wurde quasi ein Raum, den man erobert hatte, in einen anderen getragen. Und, ähm, genau, und den, den Anfang hatte das im Westwerk genommen. Ja. Wie ist das denn, äh, im Westwerk, also so, wenn du das so erzählst, äh, das ist ein Raum, der sich befüllt hat, äh, soweit ich weiß, Westwerk ist auch, äh, steht auf eigenen Beinen, hat jetzt keine Förderung, also so jetzt vor Corona selbstständig gearbeitet, irgendwie so, du machst das auch mit deinem Studio. Oder seid ihr auch irgendwo angeschlossen und kriegt irgendwo so ein bisschen Stiftungsgeld her und könnt damit arbeiten? So ein bisschen die Richtung kulturpolitisch gefragt, so könnt ihr so richtig frei arbeiten und Zeit ist egal und einfach probieren, Experiment? Wir werden für unsere künstlerische Arbeit von der Stadt unterstützt. Und zwar immer auf der Basis von jährlichen Anträgen, indem wir unser Konzept vorstellen. Und das läuft seit 35 Jahren mit einem immer wieder neuen, ähm, mit immer wieder neuen Überlegungen, was, wie, wo im nächsten Jahr passiert. Und dann sieht man, ob es möglich ist, weiterzuarbeiten oder nicht. Wir arbeiten die Kunst, die wir dort zeigen und die Musik, die wir, ähm, hören, hörbar machen. Ähm, das bezahlen wir nicht aus eigener Tasche. Das ist eine wahnsinnig aufwendige Arbeit. Und dafür gibt es eine Unterstützung. Aber diese Unterstützung besteht darin, dass wir dadurch die Räume finanziert bekommen. Das heißt, wir verdienen da nicht dran. Aber wir können arbeiten, wenn die Räume finanziert werden. Und das läuft darüber, dass wir Konzepte ausarbeiten und erdenken und es immer wieder aufs Neue jedes Jahr, äh, in einem durchaus als Kraftakt zu bezeichnen. Das glaube ich, ja. Ähm, äh, großen Antragsvergnügen, ähm, versuchen, auf die Reihe zu kriegen, zu bewerkstelligen. Das heißt, aber der Ort ist dann finanziert als, äh, beziehungsweise mitfinanziert, dass er funktioniert als Ort, in dem, äh, Zeug passiert. Aber ihr als Person, die den Ort macht, müsst noch selber gucken, wie ihr klarkommt irgendwie so, oder? Ja, jeder Mensch sollte auch durchaus in der Lage sein selber. Ja, ja. Aber es ist, also das Westwerk ist jetzt nicht der Arbeitgeber, wo ihr alle dranhängt und dann ist, da gibt's eine Lohntüte und dann ist mit so. Nein, 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 nein. Wir leben nicht von Einnahmen, ähm, die wir bei Konzerten zum Beispiel machen. Die Konzerte, die wir machen, ähm, versuchen sich, äh, selbst zu finanzieren. Das gelingt. Mal, mal und mal nicht. Mehr und mal weniger. Genau. Das ist auch unsere Erfahrung. Also wir sind ja auch, äh, wir machen viel Livemusik, äh, auf der Bühne direkt, aber eben auch Clubbing, äh, verschiedenes davon oder auch Firmen-Events teilweise, weil man im Endeffekt muss man gucken, wo kommt die Kohle rein, die man dann verwenden kann, um wieder querfinanziert Programm zu machen. So, das ist auch genau das Modell, das durch Corona jetzt, äh, extrem fraglich geworden ist. Viele Leute einen Raum rumdrängen, irgendwie guter Bauumsatz ist erst mal vorbei. Deswegen auch ein bisschen so die Frage. Und ein Trigger, den ich noch hatte, als wir uns, äh, vorher mal unterhalten hatte, meinst du, wenn man dich ärgern will, kann man dich fragen, wie lange dauert es eigentlich, ein Album aufzunehmen? Ja. Also ist das, ich meine, so, äh, okay, den Satz hatte ich dir in dem Gespräch noch nicht gesagt. Ich, äh, bin grundsätzlich bereit, bei jeder Länge von Produktion mitzumachen. Also will sagen, ähm, ich bin, äh, begeistert davon, wenn Menschen, was ich gemacht habe, und zwar, äh, oft genug, äh, wenn Menschen in der Lage sind, es innerhalb von, äh, einer halben Stunde oder sogar mehr einzutrümmern und dabei etwas ganz Tolles machen. Aber ich bin auch durchaus in der Lage, mit jemandem zu arbeiten, der da die, äh, fünf Jahre an der Musik arbeitet. Das muss vielleicht, äh, seit einiger Zeit nicht immer vor Ort stattfinden. Aber, ähm, man arbeitet genau wie Mann und Frau. Menschen arbeiten an, äh, an Konzepten, die nicht direkt an den Ort gebunden sind. Es gibt halt einfach die, die alte Vorstellung von einem Studio. Und, ähm, diese Studios sind auch wahnsinnig wichtig gewesen. Und eigentlich sind sie auch immer noch wichtig. Aber sie haben es halt schwer, diese Orte, an denen wirklich, ähm, vor Ort aufgenommen wird. Ja. Und, ähm, wenn man das tut, was Produktion genannt wird, kann man natürlich auch sagen, ähm, ich begleite teilweise, äh, äh, Menschen genauso wie sie mich dann auch umgekehrt. Das gibt es auch logischerweise, den umgekehrten Gedanken an ihren, ähm, künstlerischen Ideen über viel längere Zeiten hinweg. Ja. Als das, was irgendwie an einem Wochenende dann aufgenommen wird. Ich glaube, es war Robert Smith, der immer gesagt hat, ähm, also der The Cure-Sänger, ähm, dass ins Studio gehen eine Formalität ist. Andererseits ist ins Studio gehen nicht nur eine Formalität, wenn man dann wiederum an Leute wie die Beach Boys oder sonst was denkt. Oder an die Beatles. Ja. Oder an die Rolling Stones in irgendeiner tollen Phase, wo sie sich wirklich Zeit genommen haben. Ich glaube, Godard hat da mal ein bisschen genauer hingeguckt. Das heißt, es kann auch genau das sein, was alle befürchten, nämlich ein einziger Gammelort, an dem eigentlich nichts passiert. Und alle nur ganz brutal abhängen. Und man denkt, so stellt ihr euch euer Leben also vor. Und man muss dann so sagen, ja, haben wir uns so vorgestellt. Und vielleicht haben wir übermorgen auch eine gute Idee, wie das weitergeht. Ja. Das bringt aber auch den Punkt so rein, so, ähm, ähm, äh, der Studio-Betreiber, der du jetzt zum Beispiel bist, du bist Produzent, machst Aufnahmen und so weiter. Das ist ja nicht so, oder man stellt sich das vielleicht so vor, so ein Godmaster, der im Hintergrund irgendwie so mal, man gibt dem irgendwie Tonspuren hin und spielt da was ein und am Schluss kommt was Geiles bei raus. Aber eigentlich ist das Ganze ja ein Riesengruppenprojekt. Also wenn da nicht irgendwie die Chemie stimmt mit den Leuten und so weiter und, äh, oder. Ich dachte, du sagst jetzt, das Ganze ist ein, ein unglaubliches Luftikus-Projekt, was dann plötzlich nicht funktioniert. Nämlich, wenn dann auffällt, dass er oder sie gar kein, äh, Gottmasterin ist oder ähnliches und so weiter. Ähm, also vielleicht hat es im Prinzip immer nur damit zu tun, dass man irgendwie glaubt, ähm, dass das funktionieren kann und an dieser Idee halt ständig festhält. Ja. Das ist das so. Und wenn man das sogar noch im Austausch mit Menschen, äh, hinbekommt, äh, also sie reinholen kann oder man selber, das äh, passiert ja vor allen Dingen dauert, also, äh, man selber davon überzeugt wird, dass man hier an diesem Ort noch verweilen sollte, sozusagen. Ja. Dann ist das so. Und da möchte ich sagen, dass das Electric Avenue-Tonstudio, also der Name meines, äh, Raumes dort, ähm, sich nicht unterscheidet von einem Proberaum, in dem Leute sitzen und glauben, dass sie, äh, noch weiter, ähm, es versuchen sollten. Ja. Und je nachdem, ähm, ob das den Beteiligten in ihrem Leben möglich ist, da dran festzuhalten, ähm, wird das auch gemacht. Und oftmals denke ich so für mich, ähm, ich will an dieser Stelle nicht verschweigen, dass ich in einer Beziehung bin, dass ich, also, ich habe sogar Kinder und ich habe sogar eine Frau und, ähm, und die reden da, wenn man so möchte, mit. Ja. Das heißt, bei den anderen Musikern und Musikerinnen ist es natürlich genauso. Alles Mögliche redet mit. Und insofern sind alle möglichen Menschen daran beteiligt, ähm, teilweise ganz konkret monetär helfend, teilweise auch mit, zieh das durch, mach das, bleib dran. Ja. Oder, ähm, ich würde hier jetzt vorsichtig werden. Ja. Das kann bis zur, äh, psychologischen Beratung gehen. Also auf jeden Fall. Und zwar nicht nur für die Bands. Es gibt ja immer dieses Ding, äh, Produzenten und Produzentinnen müssen unbedingt gute Psychologen sein. Ja. Aber in dem Sinne muss man auch sagen, Produzenten und Produzentinnen brauchen auch unbedingt gute psychologische Beratung. Die brauchen ein gutes Mentoring. Ja, die brauchen richtig gutes mentales Management, weil, äh, weil, äh, sie gerade wirklich nicht weiter wissen und sagen, ich brech den Scheiß ab. Und dann so, äh, ja, ja, das darfst du mir sagen, sagt mir dann mein bester Freund. Ja. Das darfst du mir sagen, das darfst du Gwendo sagen, das ist meine Frau. Aber sag es nicht der Band und mach einfach weiter. Ja. Äh, es ist gerade Corona, äh, draußen ist nicht so viel los, äh, wie ist es bei dir drin im, äh, Electric Avenue Studio oder Westwerk? Was geht da? Ja, ja, an so einer Stelle habe ich dann immer so gedacht, es ist, ich habe das, glaube ich, an anderer Stelle vielleicht schon mal von mir gegeben. Also, ähm, ich habe mir eine Musik ausgewählt, die ohnehin, sagen wir mal, weil dadurch krisenresistent ist, dass sie krisenresistent ist. Also, äh, sie kennt die ganz hohen Peaks nicht. Ja. Wenn man die ganz hohen Peaks nicht kennt, ist es nicht so schlimm, wenn oben die Spitze mal abgesäbelt wird und weiter und weiter. Und dann denkt man so, wow, also so wenig war wirklich noch nie. Und dann erinnert einen vielleicht Gwendo, ich habe sie jetzt ein paar Mal dran, äh, äh, paar Mal erwähnt, vielleicht dran, dass sie sagt, doch, doch, Tobias, weißt du, erinnerst du dich noch nach so und so? Da warst du so fertig, da ging gar nichts mehr. Ja, ja, stimmt, stimmt, das war gar nicht so schlimm wie jetzt. Und dann ist es dann sozusagen wieder. Und außerdem, du könntest doch das und das machen. Und dann ist man schon wieder unterwegs. Eigentlich geht es immer nur darum, ähm, ob man rausbekommen kann, ähm, ob es wieder irgendeinen Anlass gibt, äh, unterwegs zu sein. Und manchmal ist nicht mal das Studio dafür entscheidend, dass man das Studio weitermacht. Keine Ahnung. Ich lese was oder endlich, ich habe mal wieder irgendeine Musik gehört, die ich bisher nicht gehört habe. Keine Ahnung, ich sage jetzt irgendwas, Kommerzmusik. Oder auch nicht. Valerie June, eine kommerzielle Sängerin. Ganz toll. Dann hörst du sie und denkst, wow, das werde ich nie schaffen, das aufzunehmen. Ich gehe sofort ins Studio. Ja. Also das ist einfach, äh, was soll man dazu sagen? Ja. Ähm, so zur Richtung Abschluss gesehen, so, ähm, wir haben aus dem Archiv ein Stück von Halma rausgezogen, so. Du hast Halma produziert 2018, äh, die waren hier in Hamburg 2015 bei uns in Bord. Hast du da Erinnerungen dran an die Aufnahmen? Ja, klar. Und, äh, beschreib mal ein bisschen, wie ist das mit so einer Band aufzunehmen, die wir jetzt gleich hören werden? So. Ja, da fällt mir erst mal der, äh, schöne Begriff Co-Produktion ein. Also das heißt, wir haben zusammen den Gedanken gehabt und vor allen Dingen ist zu aller vor, vor das zu nennen der Name Tom Fleischhauer. Tom Fleischhauer ist ein wunderbarer Musiker und, ähm, Mischer und überhaupt, äh, ich weiß nicht, welcher Begriff der jetzt der richtige ist, auch ein Veranstalter und der hat tolle Ideen gehabt, viele und viele und hat sie in die Tat auch umgesetzt und hat, äh, im Westwerk eben Konzerte veranstaltet. Ich weiß nicht, ob das da schon Traumkonzerte hieß, das war einfach ein Begriff für ihn, wo er dachte, ich mach jetzt das, was ich mir vorstellen kann. Und dann wäre Westwerk wie viele andere, ähm, Kunst- oder Musikvereine, ähm, wohlgemerkt ist ein Verein, ja, es ist kein, kein, äh, äh, es ist ein gemeinnütziger Verein, deswegen ziehen wir auch keinen persönlichen, äh, ähm, Gewinn daraus. Genau, es ist wie bei euch. EV, gemeinnützig. Ganz genau, ganz genau. Also ist es möglich, das zu machen. Tom hatte die Idee, er hat das mit der Band The Heffels gemacht, das ist, ähm, die Main Band im Westwerk, die es gibt, solange wie es das Westwerk gibt. Eine wunderbare Band, mit der er auch, ähm, das, ähm, das, ähm, losgetreten hat, nämlich, dass ein großes, ähm, eine große Aufnahmemöglichkeit in, in der, in der Halle entstand. Das wurde mit Halma auch gemacht. Und dann wurden Aufnahmen gemacht und danach wurde gesichtet, was, hat die Band gesichtet, was sie sich davon vorstellen können, ähm, dass man es, ähm, zu Ende produziert. Also haben wir das Material gesichtet, was in der Halle aufgenommen wurde und haben geschaut, was man dem Antun, Gutes tun, ähm, was man versuchen kann, so war das Antun, äh, gemeint. Also was man ausprobieren kann und sitzt dann eben, ähm, etliche, äh, Stunden, wunderbare Stunden da und schaut, was funktioniert und entwickelt eben einen Klang aus einer Live-Aufnahme. Ja. Ihr macht es ja, ähm, hier on point, also ihr nehmt sofort auf. Ja. Aber sicherlich sind mit euren Aufnahmen auch schon Dinge passiert, die dann in irgendeiner Form weiterentwickelt wurden oder jemand hat sich das Material genommen und hat geschaut und geguckt. Und genau das ist bei uns dann, ähm, passiert. Ja. Und dann geht das auch weiter. Die Gruppe hat dann auch an den Aufnahmen noch mal zu Hause auch noch mal was weitergemacht und manchmal denke ich so, oh, wow, haben sie gemacht. Man ist immer neugierig sozusagen. Das heißt, die Dinge gehen so ihre Schritte und an einigen ist man beteiligt und an anderen ist man nicht beteiligt. Ja. Das ist, äh, die Nummer mit Halma. Ich würde sagen, so, äh, es war auf jeden Fall ein Einblick in, äh, eine Welt, wo du in deiner, mit aufnehmen, mit produzieren, so am Start bist. Wir gucken gleich bei Halma rein. Was machst du gerade aktuell? Oh, heute habe ich, äh, mit, oh, da muss ich mit Zettel, weil die Namen sind so neu für mich. Ich brauche da aber eine. Ich habe heute, ähm, den dritten Tag verbracht mit einem ganz tollen Hörspiel, ähm, mit Duigo Aal, heißt die eine, Autorin, würde ich sagen, und krasse Künstlerin, äh, äh, mit der ja, hat die, Autorin, äh, mit der ja, hat hier auch schon gespielt. Genau, ja. Und die Künstlerin Annika Kaas, eine bildende Künstlerin. Und äh, mit der ja habe ich schon ein paar Aufnahmen gemacht, mit Sebastian Reier, auch ein, äh, Hörspiel. Und, äh, das habe ich heute gemacht. Genau. Das war, äh, heute der letzte, der letzte Tag von der ersten Phase, möchte ich mal so sagen. Und dann steht hier noch aus irgendeinem Grund drunter, weil ich dachte, vielleicht sprichst du mich drauf an. Im Oktober nehme ich mit Sven Katschirek und Fulmir Gao eine, das ist ein bisschen allgemein, eine kenianische Musikerin, eine kenianische Sängerin, eine ganz tolle Platte auf. Das bin ich an der Stelle jetzt einfach so völlig kontextlos mal losgeworden. Das kannst du kontextlos loswerden, weil Sven Katschereck war hier im Dezember, da hat er mit Oli Tratego Otto Kodo heißt das Projekt. Wahnsinn. Hier gespielt. Wahnsinnig gut. Und er ist ja auch mit Vangari Grace auch aus Kenia am Kampnagel einig gewesen, wurde wegen Corona, glaube ich, gecancelt oder wieder mal verschoben und so weiter. Das ist mir ja auch gefallen, im ganzen Katalog von dir, was man da so guckt, irgendwie so gibt es auf jeden Fall einen Haufen Momente, die wir auch hier so an Bord schon hatten, wo dann ich denke auch, weil es hier eine Produktionsstätte ist, in der Dinge auch mal experimentell probiert werden können, so ähnlich oder vielleicht bei dir noch mehr, weil es eben wirklich direkt auf so Aufnahmen geht. Nee, genau so. Ganz genau so. Hey Tobias, vielen Dank. Stefan, vielen Dank. Team Stubnitz, vielen Dank. Und wir hören jetzt rein bei Halma, ein ganzer Track, schöne neun Minuten mal gleiten gehen, bevor wir dann hier zurück sind mit Twisk und Rick McPhail. Viel Spaß dabei. Halma jetzt für euch. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.